Servus und herzlich willkommen zu diesem Spezial, in dem es natürlich auch ein bisschen um die Individualität geht, die viele mittlerweile ja anstreben, wenn es raus auf die Piste geht, wenn es ins Gelände geht. Und deshalb bauen wir heute einen eigenen Ski, einen München TV-Ski, den wir auch verlosen werden. Das Ganze hier in Farchand, denn hier ist Build2Ride, eine Firma, die schon seit zehn Jahren sich dem Eigenbau von Skis, Snowboards, verschrieben hat. Und wir treffen jetzt mal den Chef Axel Forelle. Seit 2009, 2010, da läuft die ganze Geschichte. Und der Mann, der das ganze ganz Leben gerufen hat, der steht schon hier drüben, lauert auf uns. Axel, grüß dich. Daniel, hau mit Ehre. Schön, dass wir sagen dürfen und dass wir heute zusammen einen Ski bauen, wobei ich gleich eins sagen muss. Ich habe einen kleinen Rodelunfall, bin in der Schulter operiert, handwerklich also nur bedingt einsetzbar. Das heißt, du musst jetzt erst mal erklären, was für einen Ski bauen wir? Ist er im Prinzip schon so weit fertig? Müssen wir nur anpinseln oder wie läuft's ab? Im Endeffekt gehen wir wirklich her und arbeiten vom Grundmaterial den Ski für dich raus auf deine Körpergröße, auf deine Bedürfnisse, was du mit dem Ski abdecken möchtest. Das werden wir jetzt gerne so ein bisschen hinterfragen. Wir werden uns das Ganze anschauen, wie der dann auch vom Design ausschauen soll. Und dann fangen wir wirklich mit Arbeiten an. In deiner Schulter brauchst du keine Sorgen machen. Das begleitet das Bauen. Also ich wollte mich jetzt auch nicht drücken ums Arbeiten. Ich habe gerade schon ein bisschen gespickt, spekuliert oder gespechtet, egal wie man es sagen will. Das sind so Modelle, die ihr hier baut bei euch? Genau, es ist so, dadurch, dass wir aus dem Rohmaterial alles herausarbeiten können, sind wir da nirgendwo beschränkt. Was natürlich für den Kunden ein wahnsinniger Überfluss an Informationen ist. Deswegen bieten wir von Grund auf erst einmal sechs Modelle. Und mit diesen sechs Modellen kann man dann in alle Richtungen sich entscheiden, das noch mal ein bisschen breiter zu machen, aggressiver. Je nachdem, was du mit so einem Ski abdecken möchtest. Also du warst ja früher selber Skirennläufer. Das ist ja lange Jahre gemacht. Ich glaube sogar bis auf die europäische Ebene ging es hinauf. Wenn du jetzt hier deine eigenen Entwürfe dir anguckst, da hinten haben wir zum Beispiel eine ganz wilde Geschichte, kam irgendwann einfach der Wunsch auf bei dir, dass du gesagt hast, ich will mal sozusagen meine ganzen Erfahrungen einfach einbringen und für mich was bauen oder war es klar, daraus wird eine Geschäftsidee? Es war nie klar, dass es eine Geschäftsidee ist, weil es ist ja eigentlich so der Mythos Ski. Es ist ja wahnsinnig komplex, so ein Ski zu erarbeiten. Aber wir haben in so ein Ski reingeschaut von der Industrie und haben festgestellt, das kann gar nicht so schwer sein. War es dann doch. Aber dadurch, dass wir schon angefangen haben, das zu machen, haben wir gesagt, hey, das setzen wir jetzt um. Und durch das, dass wir viele enthusiastische Skifahrer im Freundeskreis hatten, haben wir dann alle gesagt, hey, da machen wir weiter. Da müssen wir dranbleiben, waren dann auch und sind auch dranbleiben. Jetzt sehe ich schon, hier ganz diskret machen wir gerade Werbung für eine kleine Brauerei aus der Region. Also optisch sind da keine Grenzen gesetzt. Nein, da haben wir jetzt ein Weißbierglas stehen. In grün hatte der Obama dieses Glas in der Hand und hat das in die Kamera gehalten. Da haben wir gesagt, hey. Der Ex-Präsident beim Gipfel damals. Gründe, ja, auf der EM auch. Und dann haben wir gesagt, ja, da können wir ein Ski auch draus basteln. Das Ski als Weißbierglas. Das Ganze läuft bei euch so ab, ihr macht Workshops. Das heißt, die Leute können kommen und bauen mit euch zusammen ihren eigenen Ski. Genau. Also, die Leute entscheiden sich davor, was es für Ski werden soll, was sie für Eigenschaften abdecken wollen, wie der Ski ausschauen soll. Wir bereiten das ein bisschen auf mit den Leuten. Und wenn wir das dann haben, kommen die Leute und fangen an, richtig daran zu arbeiten. Aber? Das zeige ich dir jetzt. Wir müssen ja erst einmal den Ski entscheiden. Das erarbeiten bei uns. Und dann gehen wir ans Arbeiten. Wir sind ja nicht zum Spaß da. Dann gehen wir zum Arbeiten. Okay, auf geht's. Arbeiten. Bevor der Ski überhaupt in den Entstehungsprozess gehen kann, gibt es den sogenannten Ski-Building-Konfigurator. Axel, der ist neu, den hast du selbst erfunden oder was machst du denn genau hier? Der ist nicht neu. Also seit Firmengründung haben wir im Endeffekt darauf aufgebaut, den Leuten zu Hause den meisten Komfort zu bieten, dass die sich den Ski anschauen können, was passiert, wie der Ski ausschauen soll, was der für Fahreigenschaften haben soll. Und ja, bevor wir jetzt überhaupt einen Ski bauen können, müssen wir anfangen, erst einmal deinen Ski zu konfigurieren. Das kommt dann alles bei mir in der Datenbank an, landet in der Werkstatt. Und wir brauchen natürlich für deine Freeride-Tage einen Abseits-Ski. Für meine Freeride-Tage, die dann hoffentlich bald kommen werden. So, okay. Hier gehen wir Richtung Easy Ride. Das ist für die, denke ich, immer ein schönes Einstiegsmodell. Sprich, ihr habt hier eins, zwei, drei, vier Basismodelle schon mal so vor? Nur Abseits. Genau. Nur für den Brat Abseits. Ich geh mal hier drauf. 360-Grad-Ansicht. Genau. Da dreht er sich schon. Jetzt können wir den Ski mal anschauen. Warte, da ist ein Hochski hier. So. Okay, was sehe ich jetzt alles genau hier drauf? Also klar, ich sehe dann so, so könnte er dann aussehen. Genau. Wobei jetzt an die Oberfläche hier vorne kann ich ja dann noch gestalten, farblich wie ich will. Genau. Da gehen wir jetzt jetzt Schritt für Schritt durch. Was wir jetzt da sehen, wir haben einen super hohen Pisten, also Abseits-Anteil. Wir sehen die Längen, wir sehen die unterschiedlichen Radien des Skis. Wir wissen jetzt, dass er 140 in der Schaufel, 100 unter der Bindung und 130 im Heck hat. Was wir jetzt machen, ist den Ski einfach nochmal ein bisschen aufblasen. Also wir geben da nochmal ein bisschen Gas, weil du möchtest ja Abseits mit dem vernünftig fahren können. Okay, jetzt dauert es natürlich ein bisschen, bis ich das Aufbaut hier. Wir gehen easy right. Easy right, tippe ich drauf. Machen wir hier mal weiter. Wir sehen ja gleich, was uns für den ganzen Spaß kostet. Das heißt, das kann ich zu Hause alles für mich durchspielen und werfe mir meinen eigenen Ski. Also ich bin mein eigener Designer. Ja, wir sind jetzt hier bei 140. Ich würde sagen, wir geben noch ein bisschen Gas und machen übermal plus 10. Plus 10? In der Schaufel. Schaufel, jawohl. Dann wird er also hier breiter. Genau. Jetzt sind wir jetzt bei 150. Wir gehen bei der Mitte auch nochmal auf 10 plus. Gut, dann muss ich mich jetzt auf deine Erfahrungswerte verlassen. Ja, wir wollen ja einen richtigen Ski, oder? Wenn es einmal so einen Meter neue Schnee hat, dann magst du ja aufschwimmen. Ja, dieses Jahr war ja ein super Schneewinter hier. Das wird immer noch. So, Talierung. Güter plus 10. Das heißt, es muss dann schon so einhergehen, dass die Maße sich durchziehen. Also jetzt wäre es schmal, den ganz schmal zu talieren, wenn man den vorne eine Schaufelbreit macht. Wenn wir das abändern wollen, dass wir sagen, wir wollen andere Radien haben, dann könnten wir in jeden einzelnen reingehen. Was wir machen, ist einfach dem Kunden schon mal eine gewisse Voreinstellung mitzugeben, dass der nicht so unsicher ist. Also wir können mit verschiedensten Varianten arbeiten. Länge machen wir jetzt bei dir mal 1,85. Echt? Wir geben mal Gas her. Boah! Ja, kenn ich null. Wir kennen ja nur die normalen Pisten-Ski. Geben wir weiter. So, dann drücken wir da drauf. Und automatisch wird gleich dann unten zusammengerechnet, was das Ganze dann kosten würde. Da können wir jetzt aussuchen, wie der Ski in der Schaufel ausschauen soll. Beziehungsweise ob wir jetzt eine runde Schaufel, eine eckige Schaufel oder eine Tourenschaufel wollen. Ja, was sagst du? Dann gehen wir auf eine runde Schaufel. Das ist optisch auch recht schön. Bleiben wir also da. Ups. Da muss man weiter drauf. Okay. Dauert, dauert, dauert. So, jetzt können wir da entscheiden, mit welchem Schwerpunkt wir diesen Ski ausrichten. Wir können in Richtung Tour trimmen, wir können in Richtung Abseits trimmen. Wir haben da mit einem leichten Rocker, einem stärkeren Rocker oder hinten und vorne gerockert. Ich würde sagen, wir gehen da auf so einen Tipp-Rocker, vorne in der Schaufel. Das Vernünftigste. Es ist auf jeden Fall ratsam, wenn sich jemand, der so ein Ski sich bei dir entwirft, hier am Konfigurator, so ein bisschen auch schon vorinformiert. Weil einfach sonst tippt der wahllos irgendwas an und dann kommt ein Modell raus, das könnt ihr zwar bauen, aber es ist vielleicht gar nicht fahrbar. Genau. Also das ist ein Grundentwurf, das ist für dich einmal so ein bisschen, dass du eine Vorstellung hast. Und das ist für uns, dass wir auch schon mal die ganzen harten Werte haben. Also wir wissen, mag der jetzt abseits, mag der auf der Piste, mag der Touren gehen, wie fährt der oder was stellt er sich vor. Und der Entwurf kommt bei mir an, das ist der Entwurf der Erste. Und dann rufe ich aber schon mal auch beim Kunden an und sage so, meinst du vielleicht von der Länge her oder machen wir ein bisschen breiter oder spielen uns da noch ein bisschen. So, jetzt geht es um farblicher. Genau, wir machen einmal eine dunkle Oberfläche drauf jetzt bei eurem. Sprich Mooreiche. 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 Zack. Richtung München-TV-Ski. Genau, unser eigener Ski. Genau, jetzt gehen wir wieder auf Weiter. Woops. Auch was wären da noch alles möglich gewesen? Man kann ein eigenes Design bestimmen, da kann man jetzt Fotos hochladen. Genau. Was kommt so meistens vor? Also wollen die Leute dann eigene Bilder drauf haben, eigenes Wappen oder irgendwas? Oder nehmen die schon die Dinge eher, die ihr auch mit anbietet? Also man gibt, wir haben keine Vorgaben. Wir sagen, jeder, alles was druckbar ist, können wir auswählen. Oder halt auch Furniere. Mittlerweile ist der Trend so ein bisschen Richtung klassisch. Man mag immer diese Quellenfarben. Viele der Kunden möchten auch gar nicht auffallen mehr. Also, sondern wirklich Ski als Leidenschaft. Und dementsprechend halt auch ein Produkt, was eher funktionell hochwertig ist, als jetzt wirklich die einzelnen Details. Stoßschutz, Seitenwangen. Genau, da haben wir jetzt auch die unterschiedlichen Farben, die wir auswählen können. Dass du deinen Ski besser findest, würde ich einmal vorne orange machen. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Weil, abseits der Piste, wenn du deinen Ski verlierst, musst du ihn wieder finden. Und dann nehmen wir noch eine grelle Farbe. Ich dachte, du meinst, wenn ich dann mal so am Abrisski aus der Hütte komme und meinen Ski noch wieder kennen muss. Genau. Dann nehmen wir vielleicht Rot. Rot. Haben wir schon. Haben wir schon. Perfekt. Dann gehen wir weiter. Na, es dauert, es dauert, es dauert. Wir haben ein ziemlich schnelles Internet hier. Ja, dann müsstest du vielleicht mit dem Herrn Ministerpräsidenten noch mal reden, der Magus. Dass der verspricht, dass es überall schnelles Internet gibt, gell. Oh, jetzt kommt's. Wir machen eine Kingpin drauf, da die sagen, vernünftig, genau. Das ist eine schöne Abseitsvariante, die hat vorne die Pinbacken, hinten schöne Auslösemechanismen. Das ist aber schon das, wie man sagt, High-Class-Modell. Das ist jetzt wirklich Premium. Das ist Premium, aber brauchen wir, nehmen wir die Bindung um 10.360 Euro. Nein, das ist die Kingpin 10 und die kostet 360 Euro. Super. Dann müssen wir, da können wir jetzt noch entscheiden, ob du zu uns kommst und den Ski quasi selber baust oder ob wir den für dich herstellen. Genau, das können wir jetzt hier alles auswählen und dann können wir auch nochmal bei dir die Skitage abfragen, werden die Gewichtanschrift, wo wir es dann hinschicken sollen und so weiter. Und dann gehen wir hier auf Drucken, absenden. Super, so schaut das dann aus. Wir haben jetzt deinen Ski konfiguriert. Da ist jetzt alles drin, was an Daten von mir noch wichtig ist. Also sprich, wie viele Skitage ich besuche. Genau, wir haben deine 40 Skitage da. Daniel Stock, Schloss Allee 1. Sowieso Schloss Allee. Deinen Skitypen. Ich habe hier die abgeänderten Maße, die wir brauchen. Den schwarzen Belag, den wir ausgewählt haben. Vorne das Orange. Und mit der gehe ich jetzt zur Produktion, an die CNC-Fräse und sage an Michi Bescheid, was der uns jetzt rausschneidet. Der Michi ist mein Werkstattleiter und dem erklären wir jetzt, was du da vorhast. Und der sucht das dann aus der Datenbank alles so zusammen. Servus Michi. Servus Axel. Herr Daniel. Grüß Sie. Das ist München TV. Genau, München TV, deshalb haben wir nur zwei Mikrofone. Das heißt, du hast den Stumm da. Du bist sozusagen nur der ausführende Mann hier. Wir haben gerade alles zusammengestellt. Das soll er werden. Dann der Ski. Der München TV-Ski. Den haben wir gerade zusammengebastelt am Computer. Tja, und jetzt müssen wir mal gucken, wo sind die Bestandteile, die Ingredienzchen für diesen Ski. Wo sind die? Wir haben einen 185er Easy Ride, 10 breiter, runde Schauffüll, schwarzen Belag. Das heißt, was sind wir jetzt alles für Materialien runter? Das Erste, was wir jetzt brauchen, ist einmal der Belag. Der kommt jetzt auf die CNC-Fräse. Und dann schneiden wir das, was du jetzt konfiguriert hast, über das Programm in diesen schwarzen Belag rein und fräsen ihn aus. Und dann können wir gleich anschließend mit den Kanten kleben, weitermachen, Glasfaser zuschneiden und den Holzköner arbeiten, sodass man dann gleich laminieren kann. Na dann schneiden wir zu. Der Belag besteht aus was? Das ist ein gesündetes Plastikmaterial. Im Endeffekt arbeiten wir seit zehn Jahren irgendwo auf dem Pionierstatus umeinander. Sie habt euch das alles so selber ausgetüftelt, um dann irgendwann zu wissen, wie muss man es machen, wo ist der Prozess? Ja, was das ganz große Problem ist, das ist immer diese, also ein Ski herzustellen ist kein Thema. Das ist echt nicht schwer. Aber diese Verbindung zwischen allen Varianten, die wir anbieten können, für jeden Ski, für jeden Kunden immer gewährleisten zu können, das ist die Problematik. Ja, der Belag ist jetzt fertig gefräst, der Michi nimmt den jetzt aus der Fräse und sieht man schon, dass das für ein mächtiges Teil ist. Warum hat der hier oben jetzt noch? Das ist für die Kante. Da läuft später die Kante rein, das ist ein neuralgischer Punkt. Also das ist nicht vergessen worden jetzt beim Fräsen oder so? Okay, Michi Glück gehabt, sonst hätte ich gleich das veranstalten. Wir nehmen den Belag, gehen raus, ich nehme nochmal vier Kanten mit. Ihr habt hier wie so eine Art kleinen Baumarkt, da ist alles da. Ja, vieles. Wahnsinn. Wie viel Material verbaut ihr so pro Wintersaison? Ist natürlich ein bisschen abhängig von der Auftragslage, aber ich sage einmal so rund fünf Tonnen Holz, drei, vier Kilometer Belag und auch nochmal so zehn, zwölf Kilometer Stallkanten. So, aber jetzt müssen wir die Tacker-Klammern raus machen. Eines ist nämlich noch gar nicht zu Wort gekommen. Der Michi ist wohl der ungekrönte Tacker-König von Farcha. Ich kriege das echt nicht raus hier. Ja, sag einmal. Mit deiner Büro-Batscherlern. Ja, so feinen Redakteurshände, da ist nichts mehr gewohnt. Du hast es schon auch richtig erfasst. Okay. Jetzt haben wir da den Belag. Das ist jetzt die Lauffläche des Skis, die später gewachsen wird. Und was wir jetzt machen, als allererster Schritt, ist die Kanten so an den Belag anbringen, dass man da dann später die Kante auch zum Schleifen bringen kann, dass der Ski auf der Piste dann auch scharf ist und vernünftig fahren kann. Was ist das jetzt für ein Material? Ist das eine Stahlkante? Das ist eine richtige Stahlkante. Diese Stahlkante ist jetzt hier so zum Aufkleben diese Fächer und das andere ist dann quasi die Seite deines Skis. Das heißt, die ist ja auch die Kante, die zum Nachschleifen gar nicht sein muss. Wie oft kann man sowas nachschleifen überhaupt? Das ist immer so eine kleine Wissenschaft. Viele sagen ja, du kannst ja höchstens ein Ski pro Winter zwei, dreimal schleifen und das dann zwei, drei Saison lang und dann ist es vorbei. Es stimmt tatsächlich. Ein vernünftiger Service sollte so um ein Zehntel Millimeter abnehmen vom Belag und von der Kante. Dementsprechend kannst du es dann auch wirklich bloß zehnmal schleifen. Das ist ein dosiert Vorgehen mit Bedacht. Genau. Also wir verwenden jetzt ein eher starkes Material, dass man wirklich den Ski öfter schleifen kann. Auch vom Belag her haben wir eine ziemliche Höhe. Und jetzt verkleben wir das einmal und dann sehen wir, wie es weitergeht. Jetzt greifen wir mal rein und dann spotte ich mit den Geldklammern, weil das Geschäft läuft, gell? Du darfst auch mal gleich ein paar so hinstreuen. Streuen ist gut. Warum geht die nicht auf? Was mache ich falsch? Das ist der Sekundenkleber, mit dem wir jetzt gleich einmal die Ski, beziehungsweise die Kanten an den Ski-Belag machen werden. Und das zieht sich wie ein roter Faden, gell? Das ist eine nicht vorhandene Kraft. Ja. Und jetzt kann ich es nicht mehr auf die verletzte Schulter schieben. Ich krieg's... Nee. Also selbst mit gutem Willen nicht. Was wir mit den Dingern machen, ist, dass wir die, ähm, da jetzt erst einmal ein bisschen Sekundenkleber auftragen. Ganz wenig. Überall wo Sekundenkleber ist, wird später kein Herz hinlaufen. Deswegen fixieren wir die bloß einmal vor. Das machen wir parallel, also links und rechts, weil der Schiebelag ist eine recht sensible Struktur. Und wenn wir den jetzt bloß einseitig behandeln würden, dann haben wir das Problem, dass da, äh, Verzug im Belag drinnen wäre. So, jetzt darfst du da gleich einmal ein Klammer drauf. Die habe ich jetzt trotzdem auseinander gebracht. Das Ganze machen wir auf der gegenüberliegenden Seite dann gleich einmal. Die funktionieren nicht, dass ich wieder eine verklebte erwische. Genau, sauber andrücken das Ding. Die Kante selber zieht sich dann bis hinten. Genau. Die steht dann hier hinten über und dann wird sie aber reingebogen. Genau. Also dadurch, dass wir nicht wissen, was wir für Ski brauchen, verarbeiten wir nur das Rohmaterial. Und bringt halt mit sich, dass man die Kanten jetzt von Hand da jeweils vorne und hinten einbiegen muss. Wir kleben jetzt halt von beiden Seiten da noch die Kanten an den Ski. Und es dauert jetzt ein bisschen. Wir werden dann die Ski trennen, weil die liegen jetzt halt nur übereinander, dass die ja totale Symmetrie haben. So, die Belege sind mittlerweile mit den Kanten versehen. Jetzt werden sie auf die Form draufgetackert, Axel. Und dann geht's wie weiter? Ja, wir richten das jetzt ja in der Form ein, sodass die Ski dann auch später die gleiche Lauf-Eigenschaften haben und die gleiche Verhalten haben. Zum Einrichten brauchen wir jetzt den Holzkern. Okay, der kommt ja quasi frisch von der Hobelbank. Der kommt frisch von der Hobelbank. Den habt ihr jetzt vorhin sauber ausgearbeitet. Jetzt werden wir da noch mal schauen, dass das alles ziemlich korrekt liegt. Wir müssen jetzt gleich mal sagen, exklusiv für uns habt ihr ja diese Vierfarbnummer gemacht. Sprich, also Nut reingefräst in den Kern, Harz aufgegossen und extra verschiedene Farben genommen. Sonst macht ihr es wie? Eine Farbe? Es gibt eine Farbe, produktionstechnisch ist das halt auch unmöglich, dass man da jeweils unterschiedliche Farben reinbringt. Okay, dann haben wir natürlich den großen Vorteil, dass der München-TV-Ski jetzt noch exklusiver wird, weil die Optik hat dann garantiert gar keine an den Kanten. So, soll ich irgendwas machen eigentlich, oder? Du hältst das Ganze fest. Wunderbar. Und auch die Verantwortung. Oh, ich weiß nicht, ob ich dieser Bürde gewachsen bin. Klickst du? Klick. Klick. Jetzt gehört zuerst einmal die erste Lage Harz auf dem Belag. Wir arbeiten nass in nass und das heißt, das Epoxidharz ist flüssig und das wird jetzt erst einmal auf diesem ganzen Ski verteilt. Also wirklich, kannst du anfangen walzen. Längs quer? Längs quer? Wie soll's gehen? Längs einfach das einmal schön verteilen. Darf ich mal? Genau. Wichtig ist nur... Ich mach's wie vorher in der Schule, ich guck einfach bei Michi ab und... Ja. 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 Und das ist dann nachteilig. Technisch, das könnte toll ausschauen und das könnte man so und so machen. Und die Leute arbeiten eher paarweise miteinander. Und ja, da ergeben sich immer ganz lustige, lustige Ergebnisse draus. Ist schon mal komplett schiefgegangen? Also, dass er sagt, da konnten wir danach das Ding eigentlich nur noch direkt in den Ofen geben. Na ja, wenn es schief läuft, dann haben wir versagt. Also, das ist schon so, dass wir auf die... Es kostet ja auch was und wir garantieren den Leuten eigentlich, dass es gut wird. Mhm, 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 mhm. So. Sehr schön. Das war so klar, dass der Michi jetzt nochmal nacharbeitet wird. Was ihr jetzt bekommt, ist so ein Stoßschutz, beziehungsweise so ein Dämpfungsband. Schau mal mich. Das wird dann später auf die Kante aufgelegt und verhindert, dass einfach diese harten Elemente, wie jetzt Kante und Glasfaser, ein bisschen Reibung und Dämpfung aufbauen können. Das darfst du auch noch einmal einwalzen. Ah ja. Okay. Ich walze. Du walzt. Ich bin quasi der Walzer-King. Also, wenn du nicht wissen solltest, was zu tun ist, einfach walzen. Das hilft immer. Den decken wir jetzt halt ab. Für die Dämpfung. Den Ski, den du baut hast, der hat sogar schon Skitests, oder den Ski, den du dir ausgesagt hast, der hat sogar Skitests schon gewonnen. Aha. Das heißt, ich kriege einen getesteten, prämierten Ski. Das heißt, ich kriege ihn ja gar nicht. Wir verlosen ihn ja. Wir wissen ja noch gar nicht, wer ihn bekommt. Also, wenn es nicht los wird, ich fahre ihn selber. Ich glaube schon, dass sich dafür Interessenten bilden. Ja? Na ja, doch, da bin ich sehr optimistisch. Den Zuggurt, das ist die untere Schicht, den legen wir jetzt mal auf den Ski auf. Du darfst jetzt mal nach vorne gehen. Links, rechts nehmen, ziehen. Das ist ein Zug. Ein bisschen Zug, ja, genau. Perfekt. Dann legen wir das einmal ab. Wie viele Schichten wären jetzt da aufeinander? Wir kommen dann ... Geleimt, getackert, geharzt. Da haben wir jetzt schon mal drei Schichten drinnen. Weil das ein Gelege ist. Und das sind unterschiedliche Bahnen. Wir haben einmal die stehende Bahn, die für den Flex zuständig ist. Und dann haben wir Plus und Minus 45 Grad. So, dass wir auch die Torsion des Skis sauber beeinflussen können. Jetzt gibt's ein bisschen Harz wieder dazu. Das dauert jetzt einfach auch eine Zeit lang, bis sich dieses Harz, das wird nahezu transparent, durch das Glas durchgearbeitet hat. Ihr arbeitet jetzt wieder sauber im Ski. Super, dein Belag. Und die Glasfaser ist jetzt nahezu transparent. Jetzt wird hinten der Stoßschutz eingesetzt. Und gleichzeitig kriegt ihr auch schon mal den Holzkern aufgelegt. Der Holzkern muss jetzt einmal von der Unterseite schon bearbeitet werden. Weil das ist ein trockenes Holz. Und wenn wir den jetzt da auflegen, ziehst du aus der Glasfaser das ganze Holz raus. Das ganze Harz, Entschuldigung. Und deswegen drängt man das schon einmal vor. Und drehen das dann um und justieren das richtig, so wie es gehört. Schlicht und ergreifend, ich darf wieder walzen. Du walzt wieder. Ah, okay. Auf geht's. Ich hab's mir schon gedacht. Mühsam ernährt sich der Skibauer. Ich merk schon. Jetzt mal generell. Wie viele Paar Ski baut ihr denn so pro Saison selber, die durch Online-Anfrage kommen, als auch in den Workshops? Es ist mittlerweile so, dass der Anteil, derer die Ski bei uns beschreiben, immer größer wird. Und das hat damit zu tun, dass wir so im Jahr 350, 400 Kunden in den Workshops haben. Und über die Jahre hinweg werden das natürlich dann viele Kunden. Und die Kunden sind von den Skiern überzeugt. Und die schaffen es halt nicht mehr, mich zu ertragen oder Michi zu ertragen. Wollen aber den Ski haben. Und dann bestellen die den einfach. Und so wird das von Jahr zu Jahr mehr. Dass wir im Jahr ungefähr auf immer zwischen 600, 800 bis 1.000 Paar Ski kommen. Wow. Lass mal raus nochmal. Und Arbeit. Ich bin auf dem Wege. So. Er macht seinen Ruf als Tacker-König. Ohne Tacker-König. So. Sehr schön. Dein Orange mit dazu. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Epoxidharz. Und die das wieder rollen. Das Orange kommt dann da oben hin. Lassen wir halt da noch so drei Becken. Einfach fünf Zentimeter da oben. Abstand lassen. Okay. Der Ski ist im Endeffekt von der technischen Seite her soweit bereit, dass wir in den Ofen gehen können. Jetzt legen wir nur das Design auf. Jetzt kommt nämlich Farbe ins Spiel. Richtig. Jetzt haben wir ein ziemlich edles Druckfurnier. Das ist ein richtiger Trend mittlerweile. Und wird dann später auch die Holzoptik sein. Das ist richtiges Holz? Das ist richtiges Holz. Was ist das für ein Holz? Das geht so Richtung Vogelaugenauchern. Beziehungsweise die Farbe mit der Mooreiche, die wir vorher entschieden haben. Das ist so da irgendwo in die Ecke. Und ich nehme an. Wir walzen wieder. Wir walzen wieder. Michi, lass uns synchron walzen. Warte mal. Also. Walzen im Dreivierteltakt. Ja, du musst dich führen lassen. Das ist das Problem. Die Frage ist, wie er hier wen führt. Eigentlich müsstest du mich führen. Du bist doch der Experte. Brommelwirbel, der Große. Lägen wir eure Wahrzeichen von München mit auf. Einmal hier schön die Frauenkirche. Da mittig würde ein München TV-Logo positionieren. Wenn es ein München TV-Ski werden soll, muss auch ein München TV-Logo drauf sein. Und vorne machen wir noch die Spitze. Ja. Wappen. Oh, jetzt muss es ausgerichtet werden. Der Michi hat schon den Meterstab parat. Und jetzt geht es darum, das zu positionieren. Das in der richtigen Länge, der richtige Abstand ist. Da muss auch die Bindung nachher noch drauf. Ah, das wird was. Was war denn bisher so das Schrägste an Optik, was ihr selber gebaut habt oder was mal jemand haben wollte? Wir selber machen eigentlich keine Experimente mehr, was jetzt das Design angeht. Wir wollen die Dinger fahren. Aber ich sage jetzt einmal, vom Solarpanel über Schlangenhaut, über Tischdecken, Unterwäsche, ist alles schon mit einlaminiert worden. Das heißt, einer hat ja seine Boxershorts da reingeharzt oder was? Nee, 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 von der hübschen Freundin. Also die Tango-Variante. Jetzt erschützen wir das Ganze mit so einer Trennschicht. Und verstecken den Schiedel drunter. Da kommt dann mal so Absaugfließ dazu. Das kannst du lassen. Egal. Wurscht. Der Druck versteckt man jetzt da drunter. Wir töten jetzt den ganzen Schiedel, die ganze Form einmal ein. Das heißt, jetzt kommt ein übergroßer Backschlauch. Sozusagen, ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig arbeiten. Wir retten das bis hinauf. Einfach hier weiter. Wir raffen, wir raffen, wir raffen. Was ist das? Das ist das? Das ist das, was wir tun. Ich gehe jetzt nach vorne, du ziehst den Holzklotz raus und ziehst dann über meinen Arm quasi die Folie vorsichtig drüber. Ganz raus! Und zieh. Ich zieh, 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 ich zieh. Zieh an. Da haben wir's. Fertig. Jetzt legen wir das Quer wieder auf die Form drauf. Nehmen ein Ventil zur Hand. Du darfst dich gleich mal gegenüber von mir hinstellen. Jetzt brauchen wir hier nur das Ventil. Ich sehe schon, handwerklich sorgfältig einfach durch. Mit Präzision errechnet. Das ist seit jahrelanger Erfahrung, die sich da einfach widerspiegelt. Super. Dann nehmen wir das Schweißgerät. Das muss man jetzt einmal plan auflegen, links und rechts einfach halten. Sehr schön. Und jetzt gehen wir an die Luft. Das dauert jetzt so zwei, drei Minuten, bis wirklich die ganze Luft draußen ist. Siehst du, wie dir langsam einen Druck aufbaut. Das zieht jetzt alles sauber zusammen. Wenn du jetzt da in diese Rundung reinschaust, jetzt presst du das alles runter. Müssen wir es selber glatt ziehen oder ist wurscht? Das ist egal. Das zieht sich von allein zurecht jetzt. Das zieht sich jetzt. Und dann merkt man, wie das so richtig Druck aufbaut. Wir gehen jetzt hin, zwingen das Ganze runter. Auf geht's, Burm. Jetzt zwingen wir es. Und in dem Moment, wo wir es jetzt da runter ziehen, entsteht so ein Profil unten zwischen dieser Platte und dem Kasten. Und somit bestimmen wir quasi das Spannungsverhalten von dem Ski. Das, was jetzt hier geknackt hat, ist jetzt kein Problem? Das macht dem Knacken nichts aus. Sehr gut. Wir haben da das Rockerverhalten von dem Ski, da ein bisschen soft. Und dann, wenn man schaut, geht das da wieder auseinander. Da haben wir eine schöne Vorspannung von dem Ski. Und hinten läuft der wieder plan aus. Und so kommt der dann morgen als Softrocker, wie du es im Konfigurator angegeben hast, wieder sauber raus. Tip top. Ich würde sagen, Michi und ich gehen in den Ski, Pressofen und dann trinken wir ein Bier. So. Auf geht's in die Backstube. Und auch hier wird die Pumpe angeschlossen, damit weiterhin die Luft abgesaugt wird. Während des gesamten Backvorgangs bleibt das mit der Pumpe immer in Betrieb. Genau. Wir pressen jetzt mit der Temperatur Minimum zwölf Stunden. Und wenn wir morgen den Ski dann aus dem Ofen nehmen, können wir den ausschneiden, verschleifen, schön machen. Genau. Oh, hier ist schon gut. Betriebstemperatur. Nutzt ihr das so als kleine Hobbysauna ab und zu auch mit? Naja, zum Schlafen hin und wieder. Das sind ja bequeme Formen. Auf geht's, der Kuchen ist fertig. Der Kuchen ist fertig. Der Kuchen ist fertig. Der Kuchen war jetzt zwölf Stunden im Ofen. Den holen wir jetzt raus. Boah. Michi, ich lass mal mit dem Aufguss kommen. Puh. Sauber. So. Wie gern würde ich sagen, dass ich dir mehr helfen möchte, aber du weißt ja meine Schulter. Ist ja auch relativ heiß. Du musst aufpassen, dass du dir in die Boten verbrennst. Ich merk schon hier nicht gerade die sanfte Nummer. So. Warum haben wir den auch ganz oben draufgepackt? Hätten wir den nicht um den Mittel geschossen können? Oben ist schon ein bisschen rar. Na gut. Was wir jetzt machen können, ist die Pumpe aus. Und da sehen wir jetzt, dass das sauber in die Form reingepresst hat. Das ist jetzt schon richtig die Kontur des Skis. Also die Distanz zwischen dem Kasten und der oberen Platte ist jetzt das Spannungsverhalten eines Skis. Vorne den Rocker, so wie wir es gestern ausgemacht haben. Und in der Mitte eben die Vorspannung. Okay. Komm. Nehmen wir ihn runter. Genau wie gesagt, nehmt ihr ihn runter. Wir heben das jetzt einmal runter. Macht's mal. Soll ich schon hier lösen? Machen wir am Tisch. Die Schraubzwinger. Okay, dann lass ich die Hände weg. Wunderbar. Und jetzt seht ihr das Logo. Ah, jetzt kommt's richtig raus. Weil wir das gestern reingebaut haben. Vorsicht. Die Schraubzwingen können wir jetzt weg machen. Dann habe ich wenigstens auch den Eindruck mitgeholfen zu haben. Und was wir jetzt machen, ist das Ganze einmal aufschneiden. Darfst du gleich weitermachen? Das geht ja. Trotz livierter Schulter. Rundrum, gell? Rundrum. So, jetzt ziehen wir es lang hier. Das Teppichmesser. Oh, jetzt wird es sehr eng. Na. Habe ich es mir nicht richtig gemacht. So. So. Ist das auch der spannende Moment immer für dich? Das ist der spannendste und auch der schönste Moment. Weil man natürlich sieht, das Produkt, man sieht, was es worden ist. Diese Oberfläche. Ich würde sagen, wir haben gestern sauber gearbeitet und schauen uns das Ganze mal an. Das ist jetzt auch schon runter? Was du jetzt machen darfst, ist da vorne die blaue Folie runterreißen. Okay. Jetzt der große Moment. Und eins, zwei, mit Schwung oder langsam? Schwung. Ja, klar. Ist sauber in der Mitte durch. Das war nicht so geplant. So. Super. Ja. Echt, oder? Das hat schon was vom Geburtstagsgeschenk auspacken. Unsere Kunden sagen immer, das ist wie Weihnachten. Das ist wie Weihnachten. Dass hier jetzt noch so ein bisschen diese Rückstände sind, ist wurscht. Weil das wird nachher dann alles ... Das bearbeiten wir gleich einmal mit dem Schleifpapier. Aber davor müssen wir den Schienen natürlich erst noch in Form bringen. Das ist ja jetzt die Form eines Brettes. Und wir schauen jetzt, dass das erschien wird. Okay, voilà. Ah, jetzt hier kann man schon genau was sehen. Da. Genau, Vorsicht, da sind jetzt noch ein paar Tackerklammern. Ja, vor allem ist es an der Fingerspitze doch ein bisschen wärmer. Genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Ausschneiden. So, und jetzt in bewährterweise, wie in den Märchen, die sieben Schwaben, die mit dem langen Spießkamm, haben wir nur hier unseren Rohling für unsere Ski. Boah, das klebt sauber. Und eins muss ich euch sagen, also das Harz hier an der Seite, da muss schon aufpassen, gell? Das ist messerscharf. Also durch diesen hohen Druck und dieser, ja, wird das so flach, dass das richtige messerscharfe Kanten sind. Und eins ist mir auch aufgefallen, gerade noch beim Folie abziehen. Wir haben ja schon so ein bisschen vorbearbeitet. Das ist fast wie in der Kochsendung von früher, wo man sagt, ich hab da schon mal was vorbereitet. Ja. Es sind ein paar kleine Minidullen drin, die man so merkt, wenn man drüberfässt. Da waren ganz leichte, das können Staubkörnchen. Wirklich Staubkörnchen drin. Und trotzdem hat sich das so reingedrückt in den Belag. Ist das ein Problem jetzt dann? Das ist insofern im Bauabschnitt kein Problem, weil wir mit dem Belag stärker sind als mit den Kanten. Und wenn der Schien nachher blank geschliffen wird, dann ist es so, dass du von dem nichts mehr siehst. Das heißt, durch Schleifen, das schmiert sich mehr oder weniger wieder zu. Wie so der Kratzer im Autolack, wo man dann so ein bisschen nachpoliert. Nein, der Belag ist höher als die Kante. Und in dem Moment können wir das dann runterschleifen, bis wir auf Kantenhöhe sind. Und dann egalisieren sich die Dellen. Ah, okay. So, ich glaub, du fängst mit dem Sägen an. Ich erklär dir jetzt bloß einmal, was da passiert. Du darfst deine Schutzausrüstung anziehen. Eine." Dann, 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 dann. Passieren wird jetzt folgendes, wir sehen ja hier schon die Stahlkante. Also, ich sollte den Hochschütz vielleicht erst später aufsetzen, sonst hör ich gar nichts mehr, was du erzählst. Wir sehen hier die Stahlkante, und an der Stahlkante werden wir jetzt jetzt außen entlang schneiden und so die Form von dem Ski freilegen. Da fangen wir am besten in einem flachen Winkel an. Vorn und flachen her, schneiden einmal nach vorne, schneiden dann vorne weg. und kommen wir eins zu eins zum Schiff. Auf geht's. Ich zeig dir das einmal. Immer die Stichsäge in die Hand. Schön, dass ihr auch alles da habt, weil ich bin ja wieder wie Schneiderlein gekommen, weder Schutzbrille noch Handschuh, gar nichts dabei. Im Prinzip wollte ich sie nach bewährter Fernsehmannie machen, euch arbeiten lassen und nur nebenstehen und schlau daherreden. Das gibt es bei uns nicht. Das gibt es nicht. Okay. Du kannst jetzt noch ein bisschen erzählen, bevor die Säge arbeitet. Ich glaube, danach verstehen wir eh nichts mehr. Information. Wo setzt du an? Wir setzen jetzt hier einmal flach an, fahren dann davor. Ich werde dir dann einmal die Stichsäge in die Hand geben und dann schauen wir, wie das funktioniert. Risiko. Okay, mach an. Ich gehe den Schritt zurück. Brauch. 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 Lauch. Ja, genau. So, zum Teil schon freigelegt hier. Genau, begleitetes Schneiden, betreutes Schneiden. Das Geruchsfernsehen wäre jetzt noch eine neue Erfahrung für die Zuschauer. Aber so, es geht genau an der Kante lang. Okay, dann würde ich sagen, wir sägen weiter aus. Okay. 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 Aufräumen in der Werkstatt. Ja, genau. So kenne ich es. Der Ski ist ausgeschnitten. Jetzt haben wir hier die zwei Rohlinge Freeride-Ski. Und jetzt sieht man aber schon, da kannst du schon mal dagegen drücken. Ja, sauber, Spannung. Der ist ziemlich stabil. Und was wir da jetzt sehen, sind die Schnittkanten. Und die müssen natürlich jetzt noch verarbeitet werden. Und der Michi ist schon im Schleifraum, nachdem du so brav geschnitten hast. Harte Arbeit, die ich geleistet habe. Sauber. Darfst du das einmal Michi in den Schleifraum bringen? Ja. Arbeit weitergeben, das ist eine Stärke von mir. Ja, Management by Delegation. So, was schleift er denn jetzt genau alles? Die Seitenkanten. Das, was da zu deiner Seite so unrund ist oder so eckig, das wird ein richtig schöner Schnitt- beziehungsweise, ja, Ski-Kante. Okay. Ich sehe schon, ihr in puncto Flüssigkeitsdefizit, also ihr seid vorbereitet, dass da niemals eine Dehydrierung stattfinden kann bei euch in der Werkstatt? Das darf nicht. Also man hat so viel Staub und so viel Aktivität, da muss man den Flüssigkeitshaushalt schon auch irgendwo... Wenn ihr jetzt eure Workshops macht, da sind wie viele Leute gleichzeitig die bauen? Wir arbeiten maximal mit zehn Leuten, weil... Ja, dann wird es knapp, ja? Naja, wir haben noch ein Lager. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Aber dann nur nach der Arbeit, also ich glaube jetzt mit einer Halm und dann an die Stichsäge, wer... Es gibt schon Truppen, die kündigen das aber auch davor an, dass die Gas geben werden. Also da arbeiten wir dann ein bisschen mehr selber. als die tatsächlich noch leisten können. Achso, ich dachte, ihr habt dann für den Workshop eine spezielle Absprache mit dem Bayerischen Roten Kreuz, dass die dann auch schon da draußen bereitstehen? Nein. Nein, 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 nein. So, mach doch mal auf hier die heilige Halle. Super. Hey. Michi, bist du soweit? Die heiligen Hallen. Ja. Außer ihr schön. Sag mal sowas wie, ich bin dein Skibauer. Wir gehen jetzt, da wird es ein bisschen staubig. Okay, aber einmal ganz kurz. Michi, warte das. Wie habt's? Schleifbänder. Grob und fein. Genau. Okay, wunderbar. Also da werden jetzt die Seitenkanten abgekommen, der Skibauer richtig sauber in Form gebracht. Macht jetzt ein bisschen Lärm und Staub. Deswegen ist der Michi da sauber eingepackt bzw. Dann ist es besser als Michi und der Florian an der Kamera, wenn die allein sind. Wir können uns ja wie gesagt dem Kühlschrank widmen und haben da ein bisschen mehr zu tun. Auf geht's, jetzt haut's mal ran hier ein bisschen. Viel Spaß. Oh, jetzt hat die Sache Form angenommen. Sehr schön. Da hast du aber sauber hingeschliffen. Jetzt sieht das schon richtig nach einem Ski aus hier. Technisch ist der Ski jetzt fertig. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn die Bindung drauf wäre. Bindung, Belagen, ein bisschen Schleifen wachsen, würde der jetzt funktionieren. Aber ich meine, so können wir den jetzt nicht lassen, oder? Den machen wir jetzt schon ein bisschen schön. Man muss so ein bisschen Optik kriegen hier. Das heißt, das Schleifpapier und dann fängst du einfach an, flächig dazwischen deinen Logos erst einmal zu schleifen. Quer oder längst? Egal. So lange du weiß schleifst, bist du auf dem Harz. Und wenn das dann irgendwann die Farbe des Turniers annimmt, dann wissen wir, dass wir auf dem Turnier sind. Nicht so weit. Da aufs Logo schleifen wir nicht drauf. Wir bleiben noch dazwischen. Das war klar, dass es schießt bei mir. Genau. Da sieht man jetzt schon, wie man so die Stellen langsam abnimmt. Es ist noch der weiße Schleifstaub. Das ist Epoxid. Aber der Ski wird schon im Plan und das dauert halt jetzt ein bisschen. Ist ein bisschen eine Fleißaufgabe für dich. Ist im wahrsten des Wortes Handarbeit. Das ist Handarbeit. Highlight nach zwei Tagen Arbeit. Das, was du selber quasi hier erschaffen hast, lackieren wir jetzt nochmal. Machen das richtig schön glänzend. Da sieht man, was für eine tolle Farbe du dich entschieden hast. Danke, danke. Ohne dich hätte ich es ohnehin jetzt nicht so weit gebracht. Was kostet jetzt so ein Ski? Mit diesen ganzen Arbeitsschritten, wenn ich den im Workshop mache, wo ungefähr geht es hin? Der Ski ist jetzt bei, ich sage mal, 850, 900 Euro. Müsste ich jetzt genau zusammenrechnen. Wenn dann die Bindung drauf ist und wenn er dann verädelt ist, dann ist er schon noch ein bisschen mehr wert. Aber rein der Workshop und das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist so 900 Euro. Okay. Das heißt, wir haben jetzt das große Vergnügen, das Privileg, diesen Ski, dieses München TV Unikat zu verlosen. Das Ganze geht über unsere Homepage münchen.tv einfach drauf schauen. Wird parallel zu unserem Thementag Ski and Snow dann die Verlosung dort erscheinen. Und dann können alle mitmachen, die sich dafür interessieren. Und einer oder eine ist dann der Glückliche beziehungsweise die Glückliche, die dann diesen Ski übernehmen können und dann im Gelände unterwegs sein können. Axel, ich sage danke. Es war also für mich Riesengeschicht. Schön tüfteln, basteln, mal wieder ein bisschen hier so handwerklich tätig sein. Danke, dass wir dabei sein durften. Und weiterhin euch viel Erfolg hier. Wir kommen jederzeit gern wieder. Das war's. Und weiter geht's später mit dem Thementag Ski und Snow bei München TV. Auf Wiedersehen. Zeige. Untertitelung des ZDF, 2020